So, Hallöchen! Und da bin ich auch schon wieder mit dem nächsten Video. Und zwar geht es um das Tauschbuch, was ich momentan mit Hanan mache. Ich habe ja mein Tauschbuch zu ihr geschickt und sie hat es zu mir geschickt. Wir haben beide komischerweise das Thema Winter gewählt, was aber eigentlich ganz cool ist, denn es ist ja noch Winter und momentan ist heute eher sehr, sehr, sehr kalt draußen. Ja, ich habe jetzt meine erste Seite zum Thema Winter fertig. Ich hoffe, Hanan gefällt die Seite. Ich muss heute noch das Inhaltsverzeichnis machen, dass das Buch dann heute auch wirklich auf die Reise gehen kann, mit noch so ein paar anderen Sachen dazu. Und was wollte ich noch sagen? Ich schicke jetzt quasi das Buch wieder zurück an Hanan und gebe Hanan gleichzeitig ein Thema mit. Und Hanan bastelt dann zu dem Thema wieder eine Seite. Das kann ganz egal sein, eine Memorydex-Karte, eine Karte oder sie gestaltet die Seite selber oder sie gestaltet ein Blatt und klebt dann das Blatt hier ein oder wie auch immer. Und wenn sie das fertig hat, wählt sie für sich wieder ein Thema aus, macht das mit einem Sticky Note hier rein und schickt mir das Buch wieder zurück. Und ich baste dann quasi wieder und dann immer so hin und her, hin und her. Und das wollen wir halt so lange ziehen, bis das Buch halt wirklich voll ist. Genau. Jetzt zeige ich euch mal meine erste Seite. Und zwar kommt hier vorne heute das Inhaltsverzeichnis drauf. Die Seite ist ein bisschen vollgekleckert, keine Ahnung warum. Das stimmt nicht, das tut mir leid. Aber das sieht man ja hinterher nicht mehr, weil hier kommt ja das Inhaltsverzeichnis rein. Hier schreiben wir dann quasi auf. Ich habe dann und dann zum Thema Winter die Seite gebastelt. Ich. Und schreibe meinen Namen dahin, dass wir das im Endeffekt dann auch noch nachvollziehen können. Aber ich denke mal, jeder wird auch seine eigene Seite so ein bisschen nach. Egal. Gut. Ich zeige euch jetzt mal meine Winter-Thema-Seite. Und zwar ist es diese hier. Ich habe verschiedene Stempelabdrücke koloriert mit meinen Sägstiften. Unter anderem den Yeti von MFT und habe das Stempelset von CC Design verwendet. Das Zusatzset von diesem Stempelset habe ich auch verwendet. Habe nämlich dieses Haus koloriert und habe eine Schneelandschaft gestanzt. Und zwar mit der Stanze von Lornforn. Und dann habe ich noch so Bergstanzen, nennt man das Bergstanzen, also so geschwungene Stanzen verwendet. Und habe daraus halt wie so eine Schneelandschaft gemacht. Und hier oben mit einem weißen Gelpen dann, man kann jetzt sagen Sterne oder Schneeflocken, je nachdem. Und finde die Seite echt gut gelungen. Ich habe dann noch so ein paar Akzente gesetzt. Mit diesem Polychromo hier. Habe dann hier quasi unter diesen einzelnen Figuren. Also irgendwie sieht der Schneemann hier so ein bisschen böse aus. Könnt ihr das sehen? Da ist irgendwie ein Fleck unter der Nase. Dann muss ich heute mal versuchen, dass ich das noch wegkriege. Auf jeden Fall habe ich noch so ein paar Akzente gesetzt, dass es nicht ganz so leer ist. Habe dann noch so ein paar Schneehaufen. Schneehaufen? Schneehaufen gestempelt, genau. Und bin alles in allem sehr, sehr zufrieden mit dieser Seite. Ich hoffe, Hanan gefällt die Seite. Und ich bin sehr, sehr auf das nächste Thema gespannt. Für Hanan habe ich jetzt schon ein Thema. Weil ich das einfach schön finde jetzt gerade momentan, das Thema. Und ja, genau. Darum kommt das Thema jetzt hier rein. Quasi hier. Ich habe jetzt hier zwei Seiten zusammengeklebt mit einer Klebemaus. Und das gleiche macht dann Hanan auch, weil die Seiten halt wirklich sehr, sehr dünn sind. Und ja, genau. Sie klebt dann quasi die zwei Seiten hier zusammen. Hier mache ich ein Sticky Note drauf mit meinem gewählten Thema für sie. Und dann geht das Buch auf die Reise. So. Ich hoffe, euch hat mein kleines Infokurzvideo gefallen. Da werden ja jetzt natürlich noch mehrere Videos folgen. Und ja. Ich bin sehr gespannt, ob diese Idee so den Anklang findet. Weil ich finde es sehr, sehr cool. Und freue mich natürlich drauf. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid schön kreativ, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.